Es wäre für dich verheerend, ihnen zu nahe zu kommen. Wunderbarkeit. Toller Wurzschard. Nur noch ein Treffer. Auf die Helme der Reihenhaus. So, überall und mehr. Im Film, der jetzt gestorben ist, weil Thorin die anderen gerettet hat. Die Wächter gerettet hat. Damit er seine Pflicht nicht komplett erfüllt. Wurde deswegen von den Feermeisen getrüttet. Aber im Film existiert, im Buch, vor dem Existiv Alunair nicht wirklich. Und den schränken kann auch keiner sterben. Wolle eine Eule. Oh, wie geil war das, denn ich bin dem ausgewichen. Einen anderen habe ich dafür getroffen, ey. So, jetzt gib mal ein bisschen Gas hier. Achte auf die Flocken, Schard. Es wäre für dich verheerend, ihnen zu nahe zu kommen. So, her damit. Zack. Gut gemacht, Schard. Flockensäule zerstört. Als dein Flügelmann folge ich deinem Befehl, Schard. Ja, mach was. Sie haben keine Chance. Wir müssen ein bisschen was aufnehmen wieder. Keine Energie mehr. Oh, der Boden. So. Oh, Energie. Kommi. Schumi. Toller Wurf! Die Säule wird immer schwächer. Je näher du den Säulen kommst, desto mehr verlierst du die Kontrolle. Shard, greife die Flockensäulen am besten von Weitem an. Gib Gas! So, darf ich jetzt? Das da will ich einnehmen. So. Weg mit dem Scheißteil. Guck mal. So, viel Spaß mit meinem Freund. Alter! Deine Eule! Aua! Bam, bam! In your face, ey! Mit dem... Drehattack-Modus activate und so. Schalte die Flockensäulen mit den Kohlen aus. Eieieiei, jetzt geht's aber hier. Drunter und drüber hier. Scheiße! Kleine Eule! So, es wird kaputt. Dann wollen wir mal. Weiter geht's! Da bin ich doch der Meinung, bin ich doch hoffentlich dafür. Je näher du den Säulen kommst... Bitte, halt die Fresse jetzt! Mach ich doch! Flockensäulen, am besten von Weitem an. Alter! Fick you! Bullshit! Komm her, du blödes Pistil! Alle Flockensäulen sind zerstört. Bring diesen Signal, um zu Fall. Komisch, man fängt das nicht aufnehmen. Ich hab so null Energie und so. Alter! Dein Verfluchwächter! Dein Verfluchwächter! Umwerfen! Umwerfen! Nur noch ein Treffer! Angriff! Nie mehr Scherz! Was fällt hier ein, uns aufzuhalten! So! Da haben wir doch den Scheiß! Wir haben ja auch sagen, dass wir den haben. Gut, aber die Reinen setzen sich unerwartet stark zur Wehr. Wenn wir sie nur aufhalten könnten. Könnte man den Palast nicht von innen zerstören? Aha! Die Schmiede! Natürlich! Wenn wir den Ofen zerstören, müssten die Grundfeste des Palasts wackeln. Dann können sie sich nicht bewaffnen. Schnell! Wir haben keine Rüstung. Wir fliegen in einen... Oh, schwach. Also wir haben keine Rüstung. Fliegen in einen... Ofen rein. Und sind auch noch ganz alleine. Ja. Ich sag dazu nichts. Seh ich nicht ein. Find ich hier zu blöd. Hä? Das ist das, Schard. Schlag dich bis zur Schmiede der Reinen durch und zerstöre sie. Der Ausgang dieses Kampfes hängt von deinem Erfolg ab. Ja dann, äh... Erst schon mal die Bierkästen in die Luft und so. Es ist eins mit der schönsten Level, wie ich finde. Einfach nur dieser riesen Zunge, wo man runterfliegt. Finde ich geil. Kann ich ehrlich sagen. Fängt schon ein richtig cooles Feeling auf. Obwohl ich nicht ganz sagen kann, warum das alles so wackeln ist. Na gut, wir haben wieder eine Rüstung. Sieht schon geil aus, Alter. Interessiert mich alles nicht. Ich muss weiter. Alle zählen auf mich. Total überzeugt von sich selbst. Ich muss weiter. Alle zählen auf mich. Verdammte Scheiße. Wo? Wo? Die Gummikollege, alle zählen auf dich. Na ja, ist einfach schön. Tja, also hierzu kann ich auch nichts Grosaliges sagen. Äh... Gibt's halt nur hier in diesem Spiel, diese Variante jetzt hier. Wie gesagt, im Film. So auch im... Äh... Buch. Die letzten Jahr... Die Reisenwad des Sankt-Golios-Internats. Oh, thank you. Treffer. 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 Ah ja, ja. Elite da rein. Keine Rüstung. Was wird ja in uns auch sein? Hm? 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 So, wir können hier unsere Activate... ...und zwar jetzt! ...ja, da rauskommt. Na ja, das hier kann die... ...Statten. Ach komm! Ach wirklich, wie kommst du drauf? Scheiße, ich zünde all das Feuerflieger, wäre ich angekult. Aua, ich bin grad voll gegen den scheiß Baum geflogen, was sagt er, fast erwischt. So, was schön ist, das können wir uns nicht zunutzen machen.